Oh nein! 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 Dieses scheiß Fisch! Dieses scheiß Fisch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! 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 Lass mich rennen! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, ich bin noch im Creative Mode. Ist aber egal, aber bei diesem Sprung eh nicht schämen würden. Erstes Wasser und zweitens haben wir dort unten ja eh unsere Longfall Boots oder Federfallschuhe ziehen und ja. Da. Gut. Äh. 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 Anfalt starten. Dann gebe ich hier schon mal das Passwort ein. Slash Game Mode. Gemeint, genau. Null. Ja, weil wir wollen. Woah! 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 Boah! Das Affengesicht mich erschreckte. Alter ey, sorry. Aber ehrliche. Oh man. Wann hat der Affenzombie mich jetzt aber erschreckt, ey. Wo kommt denn der her, ey? Oh man ey. Naja, äh. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin äh. Jetzt gerade aus dem Konzept gekommen. Ach ja. Ach ja. Wir wollten heute in den Neta gehen und äh. Dort weiterhin Quarz fahren, weil unsere Valhalla benötigt dann doch noch einiges an Quarz. Jetzt mehr als ich äh. Äh. Woraussichtlich euch mal angenommen hatte. Ja. Und das ist das Problem, worauf ich heute in Eurotax Simulator 2 gesprochen hab. Ja. Also nicht jetzt mit den Quarzblöcken, sondern ein anderes Ding, was ich gerade gemacht hab. Könnt ihr heute den Eurotax Simulator 2 Part ansehen. Dort werden einige Interessach... äh Interessache... Interessante Sachen über den Uploadplan und äh. Dessen Änderungen berichtet. Ähm. Die dann, äh. Ab nächste Woche in Kraft treten werden tun müssen. Damit das hier alles mal wieder vernünftig läuft auf dem Kanal. Also unbedingt den Eurotax Simulator heute anschauen. Gibt fast nur Kanalinformationen. Also ein sehr wichtiger Part heute werde ich dann denke ich auch nochmal im Landwirtschaftssimulator. 2013 aber... Oh Mann. Wenn ich nicht vorher eingepennt bin. Nun ja. Äh. Ja. Wie gesagt, Quarzfarm ist hier jetzt das Ein und Alles, ne? Nein, 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 nein. Oh Mann. Fährt der hier schon wieder weg? Ich sagte hier... Ne, das ist Behutsamkeit. Das ist Behutsamkeit. So. Und dann noch einmal ins Lager fahren, ne? Uiuiuiuiuiui. Ich nehme hier nochmal gleich ein paar Kakteen mit und kann hier denke ich dann auch mal direkt schlafen. Genau. Das kann man dann doch mal tun. Mach ich dann jetzt auch mal. Direkt. So, hier. Kakteen mal mitnehmen. Sechs Stück ist ja immerhin etwas, ne? So. Jetzt kommt mal der ganze Kram, den ich mal wieder nicht brauche, hier zurück. Ich hole mir wieder ein Eisenschwert. So. Und dann geht's jetzt nochmal ab in den Neta. Einer meinte auch, hey, Joey, du sprichst das Neta falsch aus. Ich weiß. Aber ich kann Englisch nicht. Ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen scheiße, wenn man Nether sagt. Weil wir sind hier in Deutschland, da ist das Hölle. Und nicht Nether. Und damit die Engländer sich nicht gedisst fühlen, mach ich jetzt Neta draus. So. Nur damit er das wisst, ne? Ich geh mal hier hoch, da war ich, glaub ich, in einem letzten Part schon. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist da oben ja was. Mal schauen, mal schauen, ne? Und so nun buddeln wir uns einfach durch die Wand durch. Fühlt schon was ein, ne? Hier so. Hinter einem See aus Lava. Wir können hier gerade durchlaufen, doch. Mann. Und das dauert länger. Ich dachte jetzt, das geht mindestens genauso schnell wie... Hier, äh, ein Neta Stein. Da haben wir auch schon ein Neta Quarz. Ist ja wunderbar. Ich nehme hier aber trotzdem mal ein bisschen Glowstow mit, auch wenn ich eigentlich gar nicht brauche. Aber ich meine, Schaden kann er ja nun nicht, ne? Deswegen... Warum denn nicht, wenn er hier so attraktiv in der Gegend rumliegt? Ohne was zu sagen. Natürlich sind wir hier wegen diesem Produkt. Haump Celi, also dem Neta Quarz. Welchen wir, denke ich, dann auch... Wir werden den auf jeden Fall fahren. Sonst hatte der Tee ja gar keinen Sinn, hier der Ausflug. Haben wir jetzt auch schon wieder fast ein Steak zusammen. Ich denke mal, so ein Steak von dem ist viel. Aber da aus dem Steak bekommst du... 16 Quarzsteine raus. Und das ist nicht so sonderlich viel, wenn man bedenkt, wie viel ich da brauchen tue. Hatte ich mir jetzt erstmal durchgerechnet. Und, äh, ja, ne? So, die Steine, da wollen wir ja auch nicht verschimmeln lassen. Vielleicht muss ich mich ja irgendwo hochbauen mal. Um mal in Neta Quarz zu kommen. Wie da oben zum Beispiel. Mache jetzt einmal mal nicht. Ach, ja, wieder die Baby Pigmen. Ich wollte gerade sagen, was sind das denn da für fiese Viecher? Aber... Sind ja die Baby Pigmen. So, da vorne haben wir nochmal ein bisschen was. So. Wunderbar. Also, aus, äh, zwei Sticks bekomme ich 32. Dann bekomme ich aus... Drei Sticks rein rechnerisch. Äh... Äh... Ja. Ähm... Ich hab's gleich. Äh... Ich hab's gleich. Äh... Zweiunddreißig. Was ist denn die Hälfte davon? Sechzehn. Zweiunddreißig plus sechzehn sind... Achtunddreißig plus zehn. Achtundvierzig, genau. Dann hatte ich... Achtundvierzig Steine. Heißt, ich benötige vier Stacks. Hab ich auch schon bald zusammen hier, ne? Sag ich jetzt mal. Hm. Was? Ich schlag den noch zurück, hey? Will der mich verarschen hier? Der war doch... Der war doch perfekt zurückgeschlagen hier. Oh nein! 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 Dieses Scheiß Fisch! Dieses Scheiß Fisch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! 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 Lass mich rennen! Lass mich rennen! Lass mich rennen! Hilfe! Nein! Hier rein! Oh! Oh! Erstmal einen Pikmin abschlachten, hey! Oh! Oh! Alter! What the fuck, hey! Dieses dämliche Garstviech da! Oh mein Gott! Oh! Oh! Hilfe! Es ist hinter mir gespawnt! Erstmal regenerieren jetzt hier bitte! Haben die vielleicht ein Schwert gedroppt? Nemesis der Gliederfüße! Mir scheißegal hauptsächlich! Ich habe hier ein halb volles Schwert! Alter! Krass, ey! Ich glaube, da gehe ich erstmal nicht mehr lang! Das ist mir zu krass dort! Woah! Alter! Ich habe aber auch gerade hier Glück, hey! Da fasst beide ein Pikmin verreckt! Äh, Pikmin! Äh, Pikmin! Äh, ist egal! Wisst ihr, was ich meine, ne? So, dann mal hier, bitteschön! Ich will ja vier Stacks haben, ne? Muss ich auch sehen! Dass ich diese so erreicht habe! Oh man, hey! Diese blöden Garst! Ich hätte einfach auf den Bogen wechseln sollen! Ist der noch sauer auf mich? Nein! Ja, von wegen! Der ist noch nicht mehr sauer auf mich! Boah, hätte ich meine Rüstung nicht! Hätte ich einfach meine Rüstung nicht, ne? Hätte ich die einfach mal fett nicht, ne? Wie oft ich hier schon kaputt wäre! Lauf! Wo lang? Scheiße! Ich hab keinen blassen Schimmer! Wo lang? Oh Gott! Nicht in die Pikmin her! Oh Gott! Lava Blob! Oh Mann! Oh nein! Pikmin! Pikmin! Äh, Pikmin! Komm her! Aja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Puh! Puh! Uff! Nein! Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kommen die Viecher hier jetzt noch, oder? Ich brauche mal hier vorsichtshalber zu. So, jetzt bin ich erstmal sicher vor denen, ey. Oh Mann, ey. Da will man einfach nur Netaquarz fahren, was ist? So ein Kack hier ist, ey. Oh Mann. Es hätte ganz schnell in einem Tod enden können, hier die Aktion, aber dank meiner overpowereden Rüstung ist das natürlich nicht zu machen. Also jetzt mich umzubringen, meine ich natürlich. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, da war noch so schön viel Netaquarz und dann kommt da der fucking Geist an. Ihr seid hier nur lieb, ne? Ja, fein. Die mögen mich wenigstens noch. Gehen wir mal da hinten entlang. Schauen wir mal, was da so abgeht. Hier ist ja noch Netaquarz. Warum habe ich den eigentlich noch nicht eingesammelt, hier? Oh Mann, ey. Über sie ist ja voll leicht, wat. Da ist ja auch noch ein Netaquarz, ey. Netaquarz ist da. So, ne. Eins haben wir jetzt hier ganz geschwind. Über vier Stacks, das sollte wohl reichen. An, an, äh, hoffentlich an Quarzsiegeln. Muss ich erstmal nicht mehr hier in die fucking Hölle. Oder, ich meine, habt ihr das gesehen? Wie das hier alles abgeht und so, ne? Oh Mann, hey. Oh Mann. Oh mein Gott. Raus hier bitte. Sofort raus, ich will jetzt nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr auf Neta. Das hat mir gelangt. So. Gehen wir hier nochmal ein Stückchen hoch. Also ich sag mal, oben dann am Lager verabschiede ich mich, denke ich, ne? Boah, haben wir in einem Part wat geschafft, ne? Haben wir eine ordentliche Anzahl hier an Netaquarz rausgeholt. Ja, ne? Und wie gesagt, hier verabschiede ich mich, ne? Ich höre mich dann auf jeden Fall um eine positive Wertung. Einen Kommentar oder was auch immer freuen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.